tja nun heißt es abschied nehmen von unserem alten zu hause seit dem 15 dritten sind wir aus dem alten haus raus hier noch mal ein paar impressionen wie es uns ausgesehen hat natürlich nicht die ganze wohnung das wollte meine frau nicht aber so haben wir gewohnt und gelebt hier haben wir drei kinder großgezogen und haben uns bewusst jetzt für das leben auf dem campingplatz entschieden ja und wir mussten einfach raus raus aus dem haus und so sah es dann in unserem alten haus aus als nichts mehr drin war ja all die möbel die jetzt noch zu sehen sind haben die neuen besitzer mit übernommen das war uns ganz recht wir brauchten sie dann nicht wegschmeißen rausholen oder verschenken so 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 tja das ist das ende und gleichzeitig der anfang wir sind dann mal weg aus unserem schönen haus haus und ziehen jetzt in unser mobilheim ne das ist ja noch nicht da scheidenkleister ja wir müssen erstmal in unser wohnmobil heim bis das mobil heim kommt und das sind noch 14 tage bei diesem schönen wetter meine frau hat sich so richtig gefreut aber auch das stehen wir gemeinsam durch in diesem sinne europa times Glück auf, wir sehen uns und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Abo, Glocke und Daumen hoch. Bis dann. Bis dann.